Es ist, was es ist, sagt die Liebe, und es ist, sagt der Verstand, ich freu mich auf mein Leben, lieb der Wind. Noch kommt Klaus alleine zurecht, aber bald wird er nicht mehr sprechen und atmen können. Die Krankheit ALS lähmt seine Muskeln. Am Ende würde er ersticken. Darauf will er nicht warten. Er hat sich für Sterbehilfe entschieden. Im Augenblick habe ich eine gute Phase. Vor acht Tagen hatte ich eine schlechte Phase. Aber allgemein geht der ganze Tränen nach unten. Das ist ganz klar. Und irgendwann mache ich mal Schluss mit der ganzen Sache. Wie stellen Sie sich denn vor, wie das dann abläuft? Sie nehmen Tabletten und dann ist es vorbei? Ja, klar, schläfst du ein. Für Antje ist das undenkbar. Die alleinerziehende Mutter tut alles, um möglichst lange am Leben zu bleiben. Seit einem Jahr hat sie Lungenkrebs. Heilung wird es nicht jedem, das weiß ich, das wusste ich von Anfang an. Also für mich ist einfach nur Zeit wichtig. Und deswegen versuche ich einfach alles, was geht. Sicherlich, also auf jedem ist die leichtere Option. Aber kann ich nicht, will ich nicht, kann ich meinen Kindern nicht antun. Ein bisschen muss ich einfach noch kämpfen. Muss. Zum Kämpfen ist Andrea zu schwach. Drei Chemotherapien gegen ihre Krebserkrankung haben der 58-Jährigen so zugesetzt, dass sie nicht mehr laufen kann. Wir lernen sie in einem Hospiz kennen. Also für mich ist es im Moment so, dass ich ganz froh bin, dass ich keine Schmerzen habe, dass ich gut atmen kann, ohne dass Beeinträchtigungen da sind, dass das Herz wehtut oder dass man schlecht Luft bekommt. Wir lassen uns wirklich Tag für Tag darauf ein, was kommt. Das ist die Geschichte von drei Menschen am Ende ihres Lebens. Darüber, wie sie sterben wollen. Anche ist 37 und Ergotherapeutin. Bis vor ein paar Monaten konnte sie noch arbeiten. Aber das ist vorbei. Wie so viele andere Dinge. Das sind halt so etliche Fotos von mir, so von den letzten Jahren, wie ich halt aussah. So mit den Haaren. Ich sehe da eine schöne Frau, glühendes Leben. Das ärgert mich. Also, dass es bei Hel jetzt auch gerade alles kurz vor der Diagnose so gut lief. Und das ist halt was, das wird es nicht mehr geben. Ja. Das hätte ich halt gerne wieder. Also, so unbeschwert und glücklich mit Haaren. Du hast ja jetzt noch zurück. Es war irgendwo ein Schock, den ich aber auch erst später so wirklich realisiert habe. Ich habe mich mit dem Thema vorher nicht beschäftigt, weil es gab bei mir in der Familie nie Krebs. Im Freundeskreis gab es keinen, der Krebs hatte oder irgendwie so. Und ja, und eine Schwester im Krankenhaus sagte damals auch, was ich persönlich jetzt rückblickend eigentlich sehr daneben fand. Sie hatte wortwörtlich zu mir gesagt, ich soll mir das gut überlegen, ob ich mir in meinen letzten Wochen noch eine Chemotherapie antun möchte. Wo ich dachte, in meinen letzten Wochen, also, wenn ich jetzt das alles abgesagt hätte, wenn ich das wirklich nicht gemacht hätte, die Chemotherapie und alles, dann wäre ich jetzt nicht mehr hier. Ein Jahr habe ich jetzt geschafft. Es waren nicht ein paar Wochen, es waren nicht ein paar Monate. Ich habe ein Jahr geschafft. Ja, also, das ist jetzt, ich habe jetzt zweimal im Jahr Geburtstag. Klaus ist leidenschaftlicher Schalke-Fan mit Dauerkarte. Er lässt kein Spiel ausfallen, denn jedes könnte das letzte sein. Kommt jetzt durch ein bisschen Wehmut auf, weil es sein kann, dass sie jetzt nicht mehr hierher kommen? Ich komme noch hin. Ich komme noch hin. Ich komme noch hin. Ich komme noch hin. Nach dem Spiel sind wir mit Klaus zu Hause verabredet. Haben Sie schon immer geraucht? Nein. Am Anfang vor vier, fünf Jahren erst. Ja? Die Mutter, jetzt ist auch egal, ich krank bin schon. Eben, genau. Auf dem Tisch, Fotos eines ereignisreichen Lebens. Rund 40 Jahre war Klaus als Schausteller unterwegs. Da habe ich die Einkaufswagen gebaut, die größten Einkaufswagen der Welt. Fürs Guinness Buch der Rekorde. Was macht das mit Ihnen, so diese Erinnerungen? Ja, sagen wir mal, war eine schöne Zeit, aber ich hänge da nicht mehr dran. Es ist vorbei. Muss ich wieder nach vorne gucken. Ein Hospiz in der Nähe von Stuttgart. Als katholische Krankenhausseelsorgerin hat Andrea früher Selbststerbende in den Tod begleitet. Sie weiß, ein Hospiz kann ein guter Ort sein, um Abschied zu nehmen. Also für mich persönlich ist es fast schlimmer, jetzt nochmal nach Hause zu gehen. Und zwar deswegen, weil dann merke ich ganz bewusst, was ich alles lassen muss. Und was ich eigentlich gerne auch gehabt habe die ganze Zeit. Und jetzt war für mich der Weg halt so, Krankenhaus, Pflegeheim und dann hier das Hospiz, da war der Abschied schon ein Stück vollzogen. Und so, wenn ich jetzt zurückgehe, im Wort zurück steckt schon drin, ja, es wäre für mich ein Rückschritt. Und ich habe eigentlich schon Abschied genommen. Auf uns wirkt Andrea schwach, aber noch sehr präsent, als wir sie das erste Mal treffen. Kaum zu glauben, dass ihr nur noch so wenig Zeit bleiben soll. Wie sieht das Pflegedienstleiter Thomas Dübner? Also bei Frau Wedig habe ich den Eindruck, sie hat ein anderes Bild von ihrem Zustand und ihrem augenblicklichen Jetzt, wie wir von außen als Pflegende sie wahrnehmen. Also sie fühlt sich im Sterben, glaube ich, schon weiter, als sie eigentlich ist. So oft es geht, unternimmt Antje etwas mit ihren Kindern. Beim Gedanken an ihre Zukunft ist die scheinbare Unbeschwertheit dahin. Das ist ein Thema, der kommt jetzt wieder an mich nach dem Wasserhainbaut. Also das ist schlimm. Das ist das Einzige, wo man die so richtig Probleme habe, dass ich das halt alles nicht miterleben werde. Wie meine Tochter irgendwann mal heiratet, mein Sohn heiratet. Wie sie Kinder bekommen. Ich habe mich so immer darauf gefreut, irgendwann Oma zu werden und endlich mal ein Kind haben, was ich versauen kann, was ich nicht erziehen muss. Das sind alles so Sachen, das bekomme ich nicht mehr mit und meine Kinder müssen dann da quasi, müssen das alleine bewältigen und das ist was, das ärgert mich. Also da bin ich dann auch, da bin ich dann auch wütend mit der Diagnose und allem und weil ich halt so viel verpasse, worauf ich mich so gefreut habe. Dominik ist 19, Josy 12 Jahre alt. Dass ihre Mutter bald sterben wird, wissen sie. Ich kann sie ja, wie gesagt, fast jede Sekunde verlieren. Das macht mir halt Angst am meisten. Also verhältnismäßig dafür, für die Diagnose und dafür, wie es drumherum alles ist, kommen wir wahnsinnig gut damit, klar. Wir haben halt von Anfang an drüber gesprochen, wir haben da unseren, ich sag mal, schwarzen Humor zu, den wir uns da dann sehr stark ausleben. In Herne hat Klaus Besuch von seiner Tochter Kerstin. Sie hat ihm geholfen, einen Palliativmediziner zu finden, der seinen Wunsch nach Sterbehilfe respektiert. Was ist denn das für eine Tätowierung? Das für eine Leiter drunter und da kann ja so viel schief gehen. Da oben, da ist er. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Auch wenn ihm jeder Wunsch erfüllt wird, der ist er nicht. Tja, so ist er viel besser. Ja? Ja, klar. Andreas Ehemann Georg ist beruflich stark eingespannt. Trotzdem besucht er seine Frau täglich im Hospiz. Die beiden sind seit 33 Jahren verheiratet. Man muss halt immer gucken, dass man sich in irgendeiner Form einrichtet. Ich hab zum Teil auch mal Termine hier im Biedigheim morgens um halb neun. Dann komm ich halt hier mal beachtet mit ein paar Prenzeln, ein paar Croissancen. Eine Angst hab ich, dass der Sterbeprozess möglicherweise unerträglich wird. Vor dem Tod hab ich keine Angst, aber sterben, das ist nicht so einfach. Wenn Ihre Frau sagt, ich möchte Sterbehilfe zum Beispiel, würdest du das auch akzeptieren? Schwer zu sagen, weil das säg ich nicht kommen, aber da hätten wir schon Dissens. Warum? Ich halte es nicht für nötig. Ich glaube, kein Mensch auf der Welt muss diesen Weg gehen. Es gibt andere Möglichkeiten zu helfen. Also davon gehe ich aus, dass es hier der Fall ist. Schlechte Nachrichten für Antje. Es haben sich Metastasen im Gehirn gebildet. Die Freunde sind hilflos. Aber vielleicht weiß Dr. Scheithauer, ihr Palliativmedizinerrat, soll sie sich in ihrem geschwächten Zustand eine Bestrahlung zumuten, so wie sie es vorhat? Warum macht sie diese Bestrahlung noch? Würden Sie das noch machen? Das Problem ist, dass man nicht genügend Zeit hat, solche Sachen zu diskutieren. Wenn man sie diskutieren könnte, wenn man diese Zeit hätte, dann würden solche Entscheidungen auch anders getroffen werden. Glaube ich. Ja, denn ich sage mal, man ist in so einem Setting, in diesem schulmedizinischen Setting, will ich mal so sagen. Da wird eine Hirnmetastase festgestellt und da hat man auch gleich die Therapie parat. Und die wird auch sofort angeboten, wird auch alles angeboten, was man machen kann. Es wird organisiert und so weiter und so fort. Wie kommt man als Patient da aus dieser Kurve wieder raus? Das geht nicht so ohne weiteres. Ich hätte es für mich wahrscheinlich nicht so entschieden. Seit einem Jahr immer neue Hiobsbotschaften. Trotzdem gibt Antje sich kämpferisch. Hier jetzt halt die Verwandlung und das alles mit zu erleben, das gibt mir wieder so einen Aufschwung, so einen kleinen. Das ist dann wieder so ein Zeichen, der Krebs hat mich nicht ganz kaputt gemacht. Man kann mich immer noch anbucken. Drei, zwei, eins, guter. So, jetzt könnt ihr aufnutschen. Der 24. September. Klaus wird heute 76. Klaus, wie geht es Ihnen denn heute? Auch geht so. Das ist ja wahrscheinlich mein letzter Geburtstag. Da muss ich mir schon ein bisschen Mühe geben. Was sagen eigentlich die Freunde zu seinem Sterbewunsch? Klaus entscheidet sich selbstbestimmt, sein Leben zu beenden und wartet nicht, bis die Krankheit es übernimmt. Wie ist da Ihre Haltung zu? Wie finden Sie das? Davon wusste ich jetzt gar nichts. Ich kenne den jetzt auch schon lange genug, aber der Minister von erzählt, dass er eine Sterbe-Wiefer haben möchte. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Was hast du denn vor? Wann wird das denn genau machen? Ja, genau weiß ich da noch nicht. Die Umstände, wenn es entsprechend ist. Ja, doch fühlt es sich gut. Klaus will heute nicht mehr über das Sterben reden. Alle hier sind bemüht, ihm noch ein letztes Mal Wünsche zu erfüllen. Auch ungewöhnliche. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ich stehe in den Strahlen. Ich bin nach Hause. Hast du mir gesagt? Ja. Warum? Wollte ich dir eine Freude machen. Ja, toll. Dankeschön. Am Ende des Tages kippt die Stimmung dann doch noch. Ich habe resigniert. Das ist ganz klar. Jetzt habt ihr mich aber auch erwischt, hier in so einem schweren Punkt, wo ich so ein bisschen melancholisch werde. Weil mir eigentlich gar nicht liegt. Das ist gar nicht meine Natur. Es ist natürlich eine Traurigkeit da, eine gewisse Traurigkeit. Aber ich habe ja ein schönes Leben gehabt. Und das ist das, was mich so eigentlich noch erfüllt. Dass ich zurückblicken kann und habe alles richtig gemacht. Oder fast alles richtig gemacht. Am Stadtrand von Dessau. Hier lebt Antje mit ihren Kindern. Sie ist auf dem Weg zur Bestrahlung. Eine Therapie mit oft starken Nebenwirkungen. In den letzten Wochen hat sich ihr Zustand dramatisch verschlechtert. Jetzt sage ich mal noch den Sommer. Den möchte ich noch. Meine Tochter fährt ins Ferienlager im Sommer und hat Geburtstag im August. Das möchte ich ihr alles nicht versauen. Wenn ich den Sommer geschafft habe, dann vielleicht noch im November, wo die Prüfungen von meinem Sohn anfangen. Damit er sich da vernünftig drauf konzentrieren kann. Und ja, so setze ich mir halt immer kleine Ziele. Drei Wochen nach seiner Geburtstagsfeier treffen wir Klaus wieder. Er kann nicht mehr laufen. Die Schmerzen werden immer schlimmer. Dabei hat er vor kurzem noch Pläne geschmiedet. Eigentlich waren ja noch ein paar Dinge auf dem Programm. Ballonfahrt war noch der Wunsch in Marokko. Wie ist denn da so jetzt? Also da kann ich nicht mal umgucken, kann ich daran denken. Weil jetzt muss ich mal wieder mobil werden. Wenn ich das innerhalb von einer Woche nicht mehr hinkriege, ist für mich Schluss. Hör ich auf. Weil, ich habe immer gesagt, wenn ich mir die Socken nicht mehr selber anziehen kann, dann ist für mich sowieso Exitus und das ist jetzt gekommen, der Fall. Meine Tochter muss mir morgens die Socken anziehen und so und mir beim Baden helfen. Und das geht nicht. Das möchte ich nicht, nein. Kerstins Hundesalon. Als Selbstständige steht sie sechs Tage in der Woche in ihrem Geschäft. Also man ist schon in so einem Zwiespalt. Nehme ich mir jetzt die letzten Monate oder Wochen frei und mache da die Rundumbetreuung. Aber das möchte der gar nicht. Ich glaube, der ist froh, wenn ich mal meinen Job weitermachen kann und dann nach Hause komme und was Neues erzähle. Der sitzt ja jetzt nur noch zu Hause. Der kommt nicht raus, der kann nicht einkaufen, der kann gar nichts. Das ist der Preis, den er zahlen muss, dass er nicht auf einer Palliativstation ist, wo er ja rundum Pflege haben könnte. Das möchte er ja nicht. Oder in einem Hospiz, das möchte er ja auch nicht. Und somit sitzt er jetzt zehn Stunden da, weil er niemanden zur Last fallen möchte. Die Schnitten bieten grün. So schön ist die Universität. Billig Gewürze wachsen, dagegen meistens in Monokulturen. Sein Arzt kommt regelmäßig vorbei. Ich bin's, der Dr. Töns. Der Palliativmediziner akzeptiert den Wunsch von Klaus nach Sterbehilfe und wird ihn unterstützen. Der sogenannte assistierte Suizid ist zum Zeitpunkt dieses Drehs erlaubt. Kurze Zeit später beschließt der Bundestag eine Veränderung des Sterbehilfegesetzes. Also Sie wissen, ich bin offen für beide Wege, aber ich glaube, es ist noch nicht so weit. Letztes Mal haben Sie mir angedeutet, Sie wollen mal mit mir darüber sprechen. Sollen wir tun? Der Arzt erklärt Klaus nun, welche Medikamente er wie kombinieren könnte, um den Sterbeprozess einzuleiten. Nach dem neuen Gesetz ist das zwar nicht ausdrücklich verboten, aber niemand, so heißt es, darf einen Kranken geschäftsmäßig beim Sterben unterstützen. Eine juristische Gratwanderung für Ärzte und Gesetzgeber. Kerstin wohnt mittlerweile bei ihrem Vater. So ist sie zumindest nach der Arbeit und nachts immer da. Sie weiß nie, in welcher Verfassung er ist, wenn sie heimkommt. Doch heute, nach dem Arztbesuch, geht es Klaus besser. Dr. Töns hat die Schmerzmittel neu eingestellt und etwas Optimismus zurückgebracht. Vom Italiener hat der Herr Italiener gekocht. Kannst du noch was trinken? Was? Nein. Na gut, ganz viele Kekse gepackt für Weihnachten. Wie geht es Ihnen jetzt so nach dem Gespräch mit Töns? Jetzt hat er Ihnen ja schon auch Hoffnung gemacht, dass die Sachen wie Ballonfahren und auch Marokko, dass das dann noch gehen könnte. Wie sehen Sie das? Ja, 50-50 ist das jetzt. Dann haben wir ja noch eine Chance, ne? Ja, wenn ich die Kerstin hätte, dann würde mir das schlechter gehen. Ach, das hast du ja noch nie gesagt. Bitte. Hat das keiner gehört? Sag's nochmal. Okay. Im Hospiz ist Andreas' Bett leer. Die Nebenwirkungen der Chemotherapie sind abgeklungen. Sie kann wieder laufen und hat sich entschlossen, doch noch einmal nach Hause zu gehen. Schon ein komisches Gefühl, das Zimmer und das Bett zu verlassen, von dem man gedacht hat, das wird man nicht mehr verlassen. Und man geht auf eigenen Beinen jetzt hier aus dem Zimmer raus. Es ist Freude, es ist auch Erwartung, was wird kommen, wie werde ich damit zurechtkommen. Also auch ein bisschen Anspannung ist schon auch dabei. Es ist auch ungewohnt, nach Hause zu kommen jetzt mit der Diagnose und dem sich dort wieder zurechtfinden. Also das ist wirklich ein neuer Lebensabschnitt und ein ganz anderer als vorher. Ich wünsche Ihnen nochmal einen schönen Sommer, so wie wir es heute Morgen schon gesprochen haben. Ich glaube, es ist realistisch. Der kann schön werden. Und wenn Sie uns brauchen, wissen Sie, wo wir sind. Ja. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass ich mit dir nochmal im Auto sitze und heimfahre. So, jetzt gehen wir mal an. Oh ja, hast du ja immer ein bisschen was erzählt, aber auch schon mal. Ja, jetzt ist man halt einfach wieder beieinander. Man hat seine Mahlzeiten miteinander. Man mampfelt nicht jeder da sein trockenes Brot vor sich hin und hat mal wieder die Gemeinschaft, die man halt vorher auch hatte. Andrea hat Besuch von ihrer Freundin Maria. Nach Krankenhaus, Reha und Hospiz ist das normale Leben etwas Besonderes. Für mich ist es eine ganz tiefe Bewunderung, wie du den Weg so gehst. Ein kleines Wunder ist es, dass du einfach wieder hier sein darfst. Es ist ja auch so, dass ich jetzt im Grunde genommen halt auch viel fitter bin. Weißt du, also das muss man ja auch sehen. Ich denke, wenn du jetzt nur kämpfen tätest, dann wäre die ganze Energie für das, dass man was Schönes noch sieht oder was man sagt. Mensch, jetzt freue ich mich einfach an dem Lied oder ich freue mich jetzt einfach an dem. Das finde ich, das wäre halt wahrscheinlich nicht möglich, wenn man die ganze Zeit, die ganze Energie, ich probiere das noch, ich probiere das noch oder ich mache das noch. Und dann jedes Mal einfach das erleben, es hat nichts geholfen. Antje hat die Bestrahlung abgebrochen. Zu Hause ging es ihr zuletzt so schlecht, dass sie auf die Palliativstation musste. Auch hier denkt sie nur an ihre Kinder. Ein bisschen Hoffnung habe ich noch. Ich weiß ja auch, dass ich in Zukunft dann immer nicht da bin. Und die kriegen das auch alleine hin, aber das ist nicht das. Ich bin eine Mutter, ich müsste da sein. Zwei Wochen später stirbt Antje. Den Geburtstag ihrer Tochter, die Prüfungen ihres Sohnes, das alles hat sie nicht mehr erlebt. Eigentlich sind wir an diesem Herbsttag mit Klaus verabredet. Doch auf dem Weg nach Herne erfahren wir, dass er sich am Morgen das Leben genommen hat. Als wir ankommen, ist nur noch Kerstin da. Alles ist vorbei. So ist das Leben. Das ist leer, ne? Guck mal, hier hat er sich heute Morgen Rotwein gemacht. Da sind noch die Tablettenreste drin. Hier hat er noch einen Abschiedsbrief hingelegt. Das hat aber die Polizei mitgenommen. Da hat der Papa gelegen. Der sah gut aus, als er da gelegen hat. Das hat er ja schön heimlich gemacht, alles, ne? Er hat nicht Bescheid gesagt. Nein. Nein, er hat nicht Bescheid gesagt. Er war sogar böse die letzten Tage zu mir. Also er wollte unbedingt, dass ich hier verschwinde. Im Nachhinein. Sind heute schon Tränen geflossen? Nein. Die Tränen sind vor Wochen geflossen, vor Monaten geflossen. Immer dieser Druck. Lebt er noch? Wann macht er es? Was kann man ihm noch für eine Freude machen? Er hat mir auch viel gelacht die letzten Wochen. Viel gelacht. Und wenn er mich nur mit dem Rollstuhl durch die Gegend gefahren hat, dem ging es gut. Er ist voll, voll gut glücklich aus dem Leben gegangen. Ohne dass ihm irgendeiner den Hintern abputzen musste oder fremde Leute sich um ihn kümmern mussten. Er hat das gut gemacht. Er hat das richtig gut gemacht. Knapp drei Monate nach Antjes Tod. Josy ist jetzt oft bei den Pferden. Seit kurzem lebt sie bei ihrem Vater. Dominik hat die alte Familienwohnung behalten. Stell dir vor, du hast ein Kind, 19, und ein anderes Kind, 12, und sagst, okay, und jetzt, tschüss, ihr seht mich jetzt nie wieder. Das ist, ich denke mal, das fiel ihr besonders schwer. Und ich denke mal, darum hat sie versucht, so viel Zeit zu schinden, dass sie uns halt noch möglichst viel sagen kann. Und immer schön Zähne putzen und frische Unterwäsche anziehen. So diese Sachen, die man einfach mitgeben will. Mir fällt jetzt gar nichts Besseres ein. Andrea hatte tatsächlich einen schönen Sommer. Sie kann sogar kleine Spaziergänge machen. Also, ich bin überzeugt, meine Frau wäre heute nicht mehr am Leben, wenn sie die Chemo nicht abgebrochen hätte. Die war so was am Nullpunkt, tiefer wäre es nicht mehr gegangen. Man hat jetzt den Eindruck, schon die drei Chemos haben den Krebs so zum Stillstand gebracht, dass jedenfalls von der Seite im Moment keine Beschwerden sind. Es gibt selbstbestimmt Leben davor und dann selbstbestimmt Sterben. Und ich musste eigentlich erst mal selbstbestimmt Leben entscheiden, indem ich gesagt habe, also keine Chemo mehr. Und gucken, ob nochmal Lebensqualität zurückkommt. Und selbstbestimmt Sterben in Würde bedeutet auch eben den Mut haben, auch mal gegen eine gängige Meinung sich hinzustellen und zu sagen, ich riskiere es. Ich lebe wirklich jetzt auch mal Tage, wo das überhaupt nicht im Kopf ist. Wo ich einfach nur sage, wenn mein Mann abends heimkommt, heute war ein guter Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017